Musik Hallo liebe Zuschauer vom Fernsehfunk Berlin. Seit meinem letzten Beitrag hier aus dem Eiche Park in Marzahn hat sich einiges getan. Offensichtlich hat dieser Beitrag, den ich damals gedreht habe, doch Eindruck hinterlassen. Und man kann heute sehen, wie schön so ein Park so aussehen kann, wenn er vom Müll befreit ist und wenn man sich ein bisschen kümmert. Und ich werde euch jetzt ein paar Bilder davon zeigen und wie gesagt liken, abonnieren und natürlich kommentieren hier beim Fernsehfunk Berlin. Ich freue mich. Bis dahin. Ich freue mich. 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 Ich freue mich.